Hallo, ich bin Manuela von Kajak Nord und ich werde immer wieder gefragt, wie bereite ich mich am besten auf einen Kanu-Marathon vor. Und dazu habe ich zwei Profis eingeladen, Sven und Marcel Pauklar. Sie sind amtierende deutsche Meister im K2 Kanu-Marathon und fahren seit vier Jahren in der Weltspitze unter den Top Ten. Und wir starten jetzt die Serie. Wenn man sich da oben hält und man... Das riecht nicht das richtige Kanchen. Das riecht nicht dann auf, dass die Stellung nach der Pauklar, die Strafbekanne. Die Arme müssen dann lang sein. Das scha swegt wieck. Das ist ein Plan bei einer Norden. name sagte er. Und da auch zu sein. Bis zum nächsten Mal.